Belgiens Außenminister Didier Reinders hat Einzelheiten im Fall Ibrahim El-Bakrawi veröffentlicht. Der Attentäter vom Brüsseler Flughafen war im vergangenen Jahr in der Türkei verhaftet worden. Die belgische Polizei sei von ihren türkischen Kollegen über seine Abschiebung informiert worden, so Reinders. Diese Mitteilung sei dann über die internen Kommunikationskanäle weitergeleitet worden. Am 14. Juli 2015 um 10.15 Uhr wurde vom Außenministerium eine Nachricht auf dem elektronischen Portal hinterlassen, das zur Kommunikation mit der Botschaft in Ankara dient. Diese in türkischer Sprache verfasste Nachricht setzte die Botschaft in Kenntnis, dass El-Bakrawi am selben Tag mit einem Flug um 10.40 Uhr nach Amsterdam ausgewiesen wurde. Eine Begründung für die Ausweisung wurde nicht genannt, so Reinders. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf den belgischen Behörden Versagen vor und nannte die Regierung in Brüssel inkompetent. Wir haben diesen Mann in Gaziantep verhaftet und ihn ausgewiesen. Wir haben ihn zurückgeschickt, doch diese Herren haben nicht das getan, was notwendig war und sie haben diesen Terroristen freigelassen. Übernehmen Sie dafür die Verantwortung und stehen Sie dafür gerade. Erdogan kritisierte Belgien zudem erneut dafür, am Rande des EU-Gipfels in Brüssel eine Demonstration von PKK-Anhängern zugelassen zu haben. Und was ist kurz danach passiert, fragte er rhetorisch. Und was ist kurz vor, am Rande des EU-Gipfels in Brüssel zu verhindern,